Pocken, Grippe, Kinderlähmung. Impfungen haben weltweit schwere Krankheiten eingedämmt oder verhindern vorbeugend große Pandemien. Impfungen rüsten den Körper im Voraus gegen eintrinkende Krankheitserreger oder unterstützen ihn im aktiven Kampf gegen diese Keime. Impfungen sind eine der wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten. Herzlich Willkommen! Über Jahrtausende waren die Menschen Infektionskrankheiten schutzlos ausgeliefert. Doch im Jahre 1796 wagt der Arzt Edward Jenner ein riskantes Experiment. Er steckt den jungen James Phipps mit harmlosen Kuhpocken an, um ihn vor den gefährlichen Pocken zu schützen. Die Erforschung der Viruskrankheiten mit modernen wissenschaftlichen Methoden beginnt mit der Entwicklung der Pockenimpfung durch den englischen Landarzt Edward Jenner im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Dr. Jenner nahm eine alte Bauernregel ernst, nach welcher jeder, der die harmlosen Kuhpocken durchgemacht habe, gegen die lebensgefährlichen Pocken des Menschen gefeit sei. Heute wissen wir, dass Viren für einen Großteil aller Krankheiten des Menschen verantwortlich sind. Und wir wissen auch, dass wir uns durch eine Impfung vor einigen dieser krankmachenden Viren schützen können. Tagtäglich kommen wir mit einer Vielzahl von Bakterien und Viren in Berührung. Die meisten beeinträchtigen uns nur wenig oder gar nicht. Daneben gibt es aber auch Erreger, die schwere und sogar lebensbedrohende Erkrankungen hervorrufen können. In vielen Fällen schützen Impfungen nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern sie verhindern auch eine Ausbreitung der Krankheit in der Bevölkerung. Dieser Gemeinschaftsschutz, die Herdenimmunität, ist besonders wichtig, um auch Menschen zu schützen, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen eine Impfung nicht viel nützt, etwa weil deren Immunsystem nicht richtig funktioniert. Damit der Mensch den Krankheitserregern nicht schutzlos ausgeliefert ist, bewahrt ihn sein Immunsystem vom Eindringlingen in seinen Körper. Eine effektive Abwehrstrategie, die der Körper nach Kontakt mit Krankheitserregern anwendet, ist die Bildung von sogenannten Antikörpern. Aus der Tatsache, dass das Immunsystem lernen kann, auf bestimmte Erreger mit einer gezielten Abwehrmaßnahme zu reagieren, wurde die Idee der Impfungen geboren. Bei einer Impfung werden üblicherweise abgeschwächte oder abgetötete Erreger in den Körper eingeschleust, die zwar keine Infektion auslösen, auf die der Körper aber mit Bildung dieser Antikörper reagiert. Eine Impfung ist also im Prinzip ein Training des Immunsystems gegen die jeweilige Erkrankung. Bei einer Impfung bekommt man abgetötete oder unschädlich gemachte Teile des Erregers durch eine Injektion in den Oberarm verabreicht. Der Körper reagiert darauf, indem er Abwehrstoffe, die Antikörper bildet, die sich gegen den Erreger richten. Die Folge, kommt man dann mit dem Virus in Kontakt, sind die passenden Antikörper bereits im Körper vorhanden und so werden die Viren schnell vernichtet, bevor sie überhaupt einen Schaden anrichten können. Man erkrankt also nicht und kann die Viren folglich auch nicht weiter ergeben. Impfungen können vor vielen Infektionskrankheiten schützen. Krankheiten können auf diese Weise durch Impfungen sogar ganz zum Verschwinden gebracht werden. Bei den Pocken ist dies zum Beispiel gelungen und auch die Kinderlähmung kommt heute in Europa eigentlich nicht mehr vor. Die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Impfstoffen wird in aufwendigen, großen klinischen Studien getestet, ihre Sicherheit nach der Zulassung regelmäßig überwacht. Der Erfolg von Impfungen hat sich in millionenfachem Einsatz überall auf der Welt bewertet. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.